Hallo liebe Freunde des gepflegten Echtzeit- und Aufbau-Strategie-Spiel-Spaßes und willkommen zur nächsten Folge von Surviving Mars im, hätte ich fast wieder gesagt, Space Race, aber nein, natürlich im Green Planet und Project Leica DLC. Die Rakete kam gerade am Ende der letzten Folge. Wir haben jetzt ein paar Leute, die arbeitslos sind. Das ist aber jetzt erstmal nicht allzu schlimm. Wir könnten hier zum Beispiel bei der Maschinenteilefabrik die Slots aufmachen, dass da nicht nur Leute arbeiten, die Ingenieure sind. Oh geil, das Ding arbeitet jetzt auf volle Leistung. Das finde ich gut. Und mir fällt gerade auf, dass ich einen ziemlich dummen Fehler gemacht habe, denn ich hätte das Gebäude natürlich so bauen können, dass es beide Ressourcen abbauen kann. So bin ich halt jetzt gezwungen, dann nochmal eins zu bauen, also nochmal mit Edelmetallextraktor, weil die Ressource ja nicht abgedeckt wird. Das ist ärgerlich, aber damit müssen wir jetzt leben. So, ansonsten Strom minus 41 ist natürlich nicht so geil. Ja, und das ist tatsächlich auch knapp, aber ich glaube, wir kommen so halbwegs über die Nacht, bis dann wieder die Solarpanels angehen. Ja, ja, ja. Aber cool ist das immer noch nicht. Also, oh, die Rakete ist schon voll, die kann schon weg. Die Frage ist aber, ob wir nicht jetzt irgendwie noch was machen hier. Hier, sechs Ingenieure, Durchbruch. Scheiße, jetzt müssen wir die wieder entladen. Ach, komm her. Oder? Ja, die Edelmetalle müssen abgeladen werden. Ja, ja, gut. Wo werden die eigentlich aktuell gelagert? Brauchen wir dafür... Metall? Wo bringen die die hin? Äh, okay. Ein Meteoritenschauer. Das ist grundsätzlich nicht so schlimm. Wenn er nicht gerade hier bei uns landet, ist das okay, weil dann bekommen wir dadurch ja auch wieder Ressourcen. In dem Zusammenhang, lasst uns mal gucken. Und der hat gerade nichts zu tun. Das ist kein Eisen. Okay. Dann geht er hoch. Und der andere... Der steht hier rum und hat nichts zu tun. Dann, äh, komm. Hol Treibstoff, denn davon haben wir... Ach Gott, eigentlich müssten wir mal... Die Frage ist, pausieren wir es oder bauen wir einfach noch mehr Lager? So, die Rakete fliegt zur Aufgabe, damit sind jetzt nicht mehr so viele Ingenieure da, aber das verkraften wir. Ja, das verkraften wir. 95 Strom. Okay. Also ich glaube... Wir gucken mal auf die Forschung. Ah, die Forschung ist natürlich gerade... Wir forschen gerade im Feuchtigkeitsvaborator. Danach die tiefe Extraktion. Und hier kommt erst der Sterling Generator. Haben wir denn eigentlich mittlerweile die Forschung, womit wir die Gebäude abreißen können? Ist die bei Ingenieurswesen? Warum... Ne, aber warum steht hier 23%? Das forschen wir gerade nicht. Sag jetzt etwa nicht. Der speichert mittlerweile den Forschungsfortschritt. Das wäre ja geil. Weil was anderes kann diese 23er hier eigentlich nicht bedeuten, oder? Wir müssen mal abwarten, wenn die hier durch ist, wenn wir die hinten dran setzen, ob dann hier schon ein Fortschritt zu sehen ist. Das wäre ja mega cool. Das ist ja das, was ich die... Bei den Let's Plays vorher mal gesagt habe, dass das nervig ist, wenn man abbricht, dass der den... Dass die Forschungsnämlichen quasi weg sind, die da schon investiert worden sind. Das wäre jetzt echt cool, wenn man mittlerweile... Wenn da mittlerweile, wie gesagt, dieser Forschungsfortschritt gespeichert werden würde. So. Er ist hier voll mit Treibstoff. Lade ihn aus. So, jetzt ist die Forschung gerade durch. Das sind 1000. Nö. Ich weiß nicht, was diese 23er hier bedeutet. Vielleicht zeigt es das bloß hier nicht an. Das kann auch sein. Das kann natürlich auch sein. Was ich eigentlich wollte ist... Das hier. Den Atomakkumulator. Der kostet nur 3000 Forschungslämpchen. Das ist gar nicht immer so. Und vor allem der ist relativ günstig. Mit 5 Beton und 5 Polymeren. Ist mir jetzt gar nicht so bewusst, dass der so günstig ist. So. Und es gibt auch noch ein Upgrade für den Feuchtigkeitsvaporator. Der kostet nur auch nur 2000. Wie viel produziert dieser Feuchtigkeitsvaporator eigentlich? Entschuldigung. Eins. Okay. Das ist natürlich nicht viel. Aber er braucht zur Erwartung nur Eisen. Seevaporator. Die Seepumpen sind eigentlich nicht. Wir müssen nicht länger mit Wasser versorgt werden. Okay. Das ist das hier, oder was? Was auch immer Seepumpen sind. Ach, das sind dann die hier, oder was? Ne, das sind die Rohre. Die sind auch geil. Es gibt so viele coole Forschungen, die ich gerne hätte. So, es gibt weitere Planetenanomalien. Äh, das lohnt sich ja dann sogar. Was haben wir denn hier? Forschungsfortschritt. Ne, nice. Können wir eigentlich gleich angehen. Neue Technologien. Neue Technologien. Durchbruch. Ressourcen. Ja, also ich glaube, wir haben genug zu tun. Oh, sehr gut. Eine, huch, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich einfach das Menü hier ausmachen. So, wo ist die Anomalie? Hey. Eine weiter Anomalie gefunden. Das ist sehr gut. Wo ist denn Sektor 9? Ach, da ist Sektor 9. Okay. Ja, im Grunde, das habe ich aber am letzten Mal, glaube ich, schon gesagt. Wir haben so eine Überbrückungsphase. Eigentlich läuft gerade alles relativ gediegen. Was ist das eigentlich mit dem anderen? Ist der immer noch am... Ah, der ist fast voll mit Eisen. Ist das hier Polymer? Uh, geil. Und hier auch nochmal. Und hier auch nochmal. Alter. Guck mal, wie viel Polymer hier rumliegt. Geil. Das gefällt mir natürlich. Wir müssen tatsächlich gleich noch eine Rakete holen. Denn, ähm... Unser Saatgut ist alle. Und ich muss jetzt mal kurz schauen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wo durch man Saatgut bekommt. Aufforstungsfabrik verbraucht Saatgut, um wilde Vegetationen zu pflanzen. Und so die Bodenqualität zu verbessern. Die Pflanzen gedeihen oder sterben abhängig von der Bodenqualität. Der globalen Temperatur und dem vorhandenen Wasser. Arbeitet nicht während der Staubstürme und giftigen Regen. Vegetation. Gras verbessert die Bodenqualität. Benötigt die Saatgut 0,1. Mindestens Bodenqualität 10%. Ähm... Benötigt der Terraforming-Fortschritt 10% Wasser und 20%... Wir holen uns erstmal die Rakete her. Wie komme ich denn... Wo sehe ich denn die Bodenqualität? Das ist Temperatur. Das ist Atmosphäre. Ähm... Neue Technologien. Okay. Was gibt's denn hier noch an Terraforming-Scheiß? Es gibt die offene Farm. Es gibt den See. Es gibt den Treibhaus. Das ist noch nicht so ganz klar. Tatsache ist... Wir brauchen... Rakete, Polymer... Oh, und vor allen Dingen hier... Elektronische Geräte. Also... Polymer... Brauchen wir nicht allzu viel. Produzieren wir selber schon. Und vor allen Dingen... Da oben sind ja einiges an Polymer-Vorräten gewesen. Das hier ist tatsächlich viel wichtiger. Aber das Zeug kostet eine Menge Geld. Wie ich gerade sehe. Äh... Die Frage ist, was wir... Achso, Saatgut braucht mehr eigentlich. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich hier... Ähm... Losgeflogen bin. Ähm... Ähm... Ja, lass uns das mal so machen. Auch wenn das teuer ist, die elektronischen Geräte. Aber... So hier. Wir brauchen sie ja. Was haben wir hier? Forschungsfortschritt. Schicken wir gleich die Rakete hin. Er kann eigentlich noch mal Treibstoff holen. Und der andere ist jetzt wieder leer. Und kann sich hier oben mal an dem Polymer vertun. Damit wir dahingehend ein bisschen... Hier kommt... Tipps, was steht denn da? Willkommen auf dem Mars. Achso. Steinsabfälle, Kältewelle, Priorität. Achso. Hm. Es ist doch zu früh für eine Kuppel. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Das... Puh. Ja, also... Wir müssen jetzt so ein bisschen warten. Wir machen minus drei Wasser. Wieso das denn? Oh. Oh. Scheiße. Weil wir keine Maschinenteile hier haben. Okay. Kollege, du musst ganz schnell zurück. Auch wenn du noch nicht mit voll bist mit... Mit Treibstoff. Das ist wurscht. Wir brauchen da oben Maschinenteile. Und das zwar... Und das schleunigst. Denn wenn die Wasserproduktion nicht läuft, dann haben wir tatsächlich ein Problem. So, lad aus. Lad schneller aus. Brasilien scannt eine Planetanomalie in drei Tagen. Das wäre wieder egal. Bis dahin haben wir alle Planeten einmal nicht abgefarmt. So, minus zehn Wasser, weil jetzt alle Wasseranlagen aus sind. Wie viel Wasser haben wir denn noch? Nicht mehr allzu viel. Vielleicht sollten wir aus Sicherheitsgründen... Den großen Tank... Ja, ja, ja. Den großen Tank können wir leider noch nicht bauen, weil den muss man halt auch forschen. Und äh... Ich könnte die Liste der zu forschenden Technologien unendlich erweitern. Jetzt ist hier alles gerade im Ausfall. Gut, dass wir hier eine ordentliche Ladung an Maschinenteile hochgebracht haben. So, das Wasser ist jetzt auch schon alle. So, ja, ja, ja. Gut, dann Treibstoff. Oh, das hat sich gelohnt. 2000 Forschungslämpchen ist natürlich nice. Denn das bringt uns hier... Der ist halt relativ teuer, ne? Die Wasserextraktion aus der Tiefe. So, der ist voll mit Treibstoff. Geht das eigentlich wieder zurück? Wenn man jetzt hier... Wir sind bei 5,13. Von Kernwärme vom Treibhaus. Okay. Verbessere die Temperaturen. Verbessere die Temperaturen. Verringere den Einfluss von Kältewellen und schaffen die ökologische Brautstellung für giftig und rein Regen. Ja, es kann kein flüssiges Wasser geben. Also 5,19. Ich schalte die Dinger jetzt mal aus. Ich will einfach wieder wissen, ob dann die Temperatur wieder runter geht. Also, ob man den Fortschritt wieder verliert. Jetzt nur ein Test. Sektor gescannt. Sektor gescannt. Sektor gescannt. Nichts gefunden. So. Und dann... Kommt die hier gleich zur nächsten... Wir hatten ja nochmal Forschungsfortschritt, ne? Durchbruch. Hatten wir nicht zweimal neue Technologien. Neue Technologien. Durchbruch. Oh, 8 Drohnen. Naja, egal. Komm. Machen wir das. Die andere Rakete ist auch da. So, die wird beladen. Das ist auch noch 5,19. Passiert erstmal nichts. Da wird gespeichert. So. Was? Schon wieder? Wieso das denn? Ich hab... Ich mach 4 Wasser plus. Das geht doch gar nicht. So ein Schwachsinn. Wenn wir auf Märchen zu erzählen. Das macht mich vor allem nicht nervös. Kronen sind überlastet. Ja, da war jetzt auch gerade... Die müssen die Hütte hier ausladen. Wir müssen mal... Vielleicht noch ein Universallager bauen. Frage ist mittlerweile wohin? Könnt ihr hier mal die Rakete auf Prio legen? Und die vielleicht nicht unbedingt auf Prio. Dass ihr vielleicht hier erstmal einladet. Das würde ich sehr begrüßen. Nichts gefunden. Schade eigentlich. Aber gut. Aber wir können auch kein Gras. Dafür fehlt uns halt immer noch die Botenqualität. Wobei ich immer noch nicht weiß... Wo man die Botenqualität sehen kann. Also... Das ist mir noch ein bisschen unklar. Das verstehe ich nicht so richtig. Aber... Ich meine... Ich sehe die Botenqualität nur in den Farmen. Hier 80%. Die ist relativ gut sogar. Hier auch. So, da fliegt die Rakete weg mit den Drohnen. So und eigentlich... Kann man die auch gleich auch auf eine schicken. Hier den Doser. Hier den Doser. Sehr gut. Den brauchen wir gerade eh nicht. So, der Meteoritensturm. Wo geht der denn gerade nieder? Hier drüben. Okay, das stört uns nicht wirklich. So bloß, dass hier oben die blöden Rohwer nichts machen. So sollst du mal das Polymer weiter einsammeln. Und du bitte von mir aus auch Polymer. Ja, Eisen haben wir gerade genug. Kriegen wir eigentlich Geld? Nee. Wir kriegen kein Geld. Also nur wenn wir halt exportieren. Aber nicht wie bei den Forschungslämpchen, dass wir konstanten Fluss an Geld haben. Was baut er denn jetzt ab? Ach, hier ist auch nochmal Polymer. Habe ich gar nicht gesehen. Nichts gefunden. Ach, das ist kein Polymer oder was? Doch. So, er... Ach komm, bau Eisen ab. Dann kann er sich um das Polymer kümmern. Hat schon drei... Höhlenpolarisation, okay. Gebäude müssen selten... Oh, auch nicht schlecht. 15 Polymer, das ist echt nice. Also, ohne Scheiß. Das ist richtig gut. Denn das muss man erstmal produzieren. Beziehungsweise halt einkaufen. Ist hier noch mehr davon? Hier, oder? Oh ja. Was interessant ist, dass er auf jeden Fall auch nicht anfängt, das Eisen einzusammeln. Wenn er vorher Polymer gesammelt hat, ne? Er sammelt immer nur die Ressource, die er auch gerade am Sammeln war. So. Was ist mit ihm? Ach, das ist er. Und er sammelt das Eisen hier. Okay. 36, 37. Das heißt, er muss noch fünf Stück. Dann ist er voll. Und es geht übrigens nicht runter hier. Seht ihr das? Die Temperaturen gehen nicht wieder runter. Oder es dauert sehr, sehr lange. Die Frage ist halt, wenn man hier 100% erreicht, ob das jetzt ein guter Wert ist. Ich habe keine Ahnung. Ach hier, die Rakete ist immer noch nicht da. Also immer noch nicht fertig. Der andere, der macht schon wieder nichts mehr. Aber ich glaube auch, dass mittlerweile hier, sehe ich, da ist noch ein Pulli mehr. Das ist dann aber auch, glaube ich, alles. So, eine Rakete ist wieder da. Das ist die mit den Drohnen. Das ist schon mal gut. Die hier wird immer noch entladen. Da können wir jetzt mal eine Prio drauf geben. Dann werden wir mal gucken, wo wir die jetzt hinschicken. Okay, da haben wir den Doser. Geologen. Botaniker. Ja, dann mach erst mal die. So, und hier ist halt der Punkt. Wie viele Drohnen sind hier? Jetzt gar keine? Hä? Das ist jetzt sehr verwunderlich. Wie viele Drohnen sind das denn hier? Äh, drei. Und die sind auch noch ausgelastet? Okay. Und hier? Zehn. Sind die Drohnen immer noch nicht wieder zurück, oder was? Ach, doch! So, jetzt sind sie weg. Genau. Jetzt wird hier wieder hoch. Lol. Ja, die entladen immer noch den... Die Rakete hier. Das dauert irgendwie noch ein bisschen. In der Zwischenzeit hat der wieder Langeweile. Ja, dann mach hier weiter beim Eisen. Gut, wir haben jetzt ein bisschen Treibstoff natürlich investiert. Klar. Wir können die erst mal wieder anwerfen. Also scheinbar geht die Temperatur nicht wieder runter. Zumindestens nicht so schnell. Vielleicht ist das ein langfristiger Prozess. Nicht funktionierendes Gebäude. Oh, das Ding muss gewartet werden. Ja, ja, okay. Da werden sich die Drohnen hoffentlich gleich drum kümmern, wenn der hier dann vollgeladen ist. So, hier ist... Na, komm, das letzte... Och, komm schon. So, jetzt wird der Doser geladen. Und ab geht's. Vier nicht funktionierende Gebäude. Oh, hier, ja. Der hat die ganzen Drohnen von hier drüben abgezogen, glaube ich. Deswegen, ähm... Und wir müssen vor allen Dingen mal so erst voll... Nimm dir mal ein paar... Maschinenteile. Anomalie gefunden. Und lade ihn mal hier aus. Anomalie gefunden. Das ist sehr gut. Allerdings ist das im Meteoritensturm. Der geht noch drei Stunden. Da warte ich mal noch kurz, weil ich hab keinen Bock, dass wir den Rover da verlieren. Beziehungsweise können wir ihn jetzt mal los schicken. Ehe der da ist, ist die Stunde vorbei. Hoffe ich zumindestens. Ja. Sehr gut. Anomalie analysiert. Oh, 29 Geld. Ist natürlich auch nicht schlecht. Gut investiert. Neue Technologien, ja. Oh geil, wir können jetzt schon das Mohole-Projekt machen. Wie krass ist das denn bitte? Also jetzt mal ernsthaft. Wir können jetzt schon die Mohole-Mine forschen, wenn wir das wollten. Und vor allen Dingen, äh... Ach, krass. Was ist das denn hier? Megasatelliten. Schaltet folgende Spezialprojekte frei. Weltraumspiegel starten. Verbesserte Temperatur und Magnetschild starten. Verringert die Verluste von Atmosphäre. Ach, die Atmosphäre verliert man also wieder, okay. Krass. Ach, guck mal hier. Kostenverringerung. Schaltet Pflanzen von Büchen und Bäumen in den Aufforstungsfabriken frei. Die Samen von ausgewachsenen Büchen. Da kriegt man die Samen wieder her. Okay, okay, okay. Eieiei. Ich hab ein bisschen Schiss vor der Story, die da noch kommt, wenn wir hier im Prinzip uns gerade voll in die Forschung stürzen. So, minus 56 Strom. Reicht das über Nacht? Naja. Das wird die Knappe. Ich glaube, ich baue immer noch. Eine weitere Batterie. Alles für die Liebe. Deine Aufmerksamkeit wird verlangt. Alles für die Liebe. Ein traurig aussehender Kolonist kommt auf dich zu und teilt dir etwas Persönliches mit. Tara Warmer ist schwer in einen Kolonisten verliebt, der außer Reichweite scheint und plant einen romantischen Heiratsantrag, der von einem schönen Feuerwerk untermalt werden soll. Kosten 10 Millionen. Ich kann zu einem hoffnungslosen Romantiker nicht Nein sagen. Zünden wir ein Feuerwerk. Ich würde alles für die Liebe tun, außer das. Ach komm, ich bin da kein Arsch. Ich finde es nur krass, dass ein Feuerwerk 10 Millionen kostet. Ich glaube, in Wirklichkeit wäre das überhaupt nicht vertretbar, für so einen Scheiß 10 Millionen auszugeben. Vielleicht erhöht es ja die Geburtenrate. Ich weiß es nicht. So, eine Rakete ist wieder da. In der Zwischenzeit schicken wir ihn wieder zum Sammeln hier hoch. Die nächste Rakete ist wieder da. Die Frage ist, gibt es jetzt noch eine Anomalie? Ja, hier, neue Technologien. Ja, die machen wir auch noch. Wir sind ja nicht so. Der kann von hier oben Treibstoff holen. Und ich glaube, dann können wir mal wieder anfangen, Zeug zu exportieren. Denn wir brauchen ein bisschen Geld, damit wir vor allen Dingen auch wieder die Forschung ein bisschen anheizen können. Denn im Moment machen wir nur 1000 Forschungslämpchen. Und damit bin ich nicht so ganz zufrieden, muss ich zugeben. So, hier. Die könnte ja... Ach, Leute, die könnte eigentlich gleich drinne... Ach, nee, Quatsch. Das ist... Ach, shit. Ja, gut, das ist die Hacke, die wir jetzt auf Expedition schicken. Na ja, okay. Nicht so optimal, aber, ähm... Ist halt so. Durchschnitt in der Reichweite 13%, höchste 83%. Ach, hier sehen wir die Bodenqualität, oder was? Uh, das ist nicht so schön. Was ist das Problem? Keine verfügbaren Servicegebäude, Luxus. Hat eine ungekochte Mahlzeit gegessen. Habe ein Lebens... Okay, Servicegebäude war voll einkaufen. Gut erholt, ungekochte Mahlzeit. Keine Luxusgebäude, ungekochte Mahlzeit. Okay. Jetzt lasst mich mal kurz gucken. Das Diner ist voll. Das Lebensmittelgeschäft ist voll. Okay, okay, okay. Diner, Diner. Also Luxus jetzt hier, da müsste man einen Kunstladen bauen. Ähm, der verbraucht halt Polymere. Anomalyse analysiert. Anomalyse analysiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das so cool finde. Also nur wegen dem einen Kolonisten, äh, ganz ehrlich, da baue ich lieber noch ein Diner hier hin. Interessanterweise... Achso, wir könnten mal die Schicht hier noch eröffnen. Weil ich würde gerade sagen, hier ist ja nicht überhaupt niemand drin. Aber, ja, in der Nachtschicht ist halt niemand. So, die Rakete hier, die können wir zur Erde zurückschaffen mit Geld. Und hier, krass, der ganze Treibstoff ist aufgebraucht. Naja, hier oben ist noch ein bisschen was. Einkaufen war voll gut erholt. Hat die Weltraumbar besucht. Oh, die hat 30 Punkte gegeben. Das ist natürlich nice. Ähm, ist der jetzt immer noch? Ja, geringer Komfort. Naja, aber... Wenn jetzt auch nachts welche in die Bar gehen können, hilft das vielleicht auch schon. Aber, liebe Leute, die Folge ist vorbei. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, denkt an das Däumchen nach oben. Das hilft mir sehr. Schreibt eure Tipps gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher. Bis zum nächsten Mal.